Nominiert für das Hamburger Sporttalent 2019. Man will halt immer der Beste sein und da braucht man halt Ehrgeiz für. Wenn man den nicht hat, dann reicht es halt nicht. Ich habe mich dafür entschieden, Schmetternick schon mal zu werden, weil ich es halt am besten kann und weil danach am meisten Potenzial ist. Ich bin Björn Kammern und ich will zu den Olympischen spielen.